Sie haben den Hinweis gehört, wir haben wieder eine Aufzeichnung, also noch einmal die Begrüßung vollständig zur Vorlesung aus Identifikation, experimentelle Modellbildung. Wir sind eigentlich jetzt schon im Stoff ganz gut vorangekommen. Wir kommen heute zum letzten Kapitel, das wir dann in der nächsten Einheit und im Jänner fertigstellen werden. Wir werden vor Weihnachten, es gibt ja da noch einen weiteren Termin, Moment, das sollte sein, der Montag der 21. Wenn der nicht schon vorlesungsfrei ist, das prüfe ich noch. Aber jedenfalls im nächsten Termin werden wir dann noch einmal eine Übungseinheit machen. Das heißt, mit einem MATLAB-Tool Identifikation üben, also wieder etwas, um die praktische Anwendbarkeit der erworbenen Kenntnisse zu vertiefen. Auf jeden Fall eben jetzt der Übergang von der Welt der linearen Identifikation. Ich sehe gerade, Montag ist schon vorlesungsfrei gut. Das heißt, wir werden jetzt noch eine Theorieeinheit machen und dann im Jänner im nächsten Jahr mit dieser Übung fortfahren, den Rest der neuronalen Netze fertig machen. Das geht sich alles genau aus. Mit den Feiertagen haben wir ja ein bisschen Zeit verloren, aber das ist immer so im Wintersemester. Wir werden die Vorlesung sauber abschließen und Sie bekommen genau die versprochene Mischung zwischen theoretischen Grundlagen, Konzepten, Methoden und der praktischen Anwendung anhand von Beispielen. Gut, damit möchte ich gleich meinen Bildschirm freigeben und Sie sehen das Skriptum. Wir sind letztes Mal, da hat mich ja freundlicherweise der Herr Du vertreten, wir sind bei den nicht-linearen statischen Modellen. Eine ganz wichtige Sache, was wir bei der Begrifflichkeit nicht verwechseln sollen. Ein Modell ist nicht-linear, wenn es einen Zusammenhang modelliert, in dem Nicht-Linearitäten in allgemeinster Form vorkommen. Aber diese Modelle können trotzdem linear in den Parametern sein. Das einfachste Beispiel ist ein polynomiales Modell. Also wenn Sie eine Polynom-Approximation haben, dann haben Sie Ihre Regressoren, also die bekannten Eingangsdaten in irgendwelchen Potenzen. Das heißt, diese Daten sind zwar nicht-linear in dem Sinne, dass höhere Potenzen als nur 0 oder 1 vorkommen. Aber das sind bekannte Zahlenwerte. Und die zu schätzenden Parameter sind einfach lineare Koeffizienten. Und damit können Sie alle Least-Squares-Methoden wieder anwenden. Das heißt, Achtung, nicht-lineare Modelle sind unter Umständen sehr wohl noch linear in den Parametern. Daher, mit diesem kleinen Vorwort schauen wir uns einmal an, wie so eine Black-Box-Annäherung durch Basisfunktionen aussieht. Sie sehen hier noch einmal die grundsätzliche Problematik, bevor wir in diese spezielle Methodik reinkommen. Sie haben hier eine Punktewolke, diese kleinen Kreise, das sind unsere Messdaten, vorausgesetzt die X-Achse sei exakt bekannt und die Y-Achse ist von Messrauschen betroffen. So, jetzt wollen wir irgendwie diese Punktewolke nähern. Und ein Modell, das linear ist in der Struktur, auch linear in den Parametern, aber linear auch schon in seiner Struktur, das ist die Regressionsgerade. Das ist ein Klassiker. Sie sehen, unser Auge ist da extrem leistungsfähig. Die Regressionsgerade, die da drinnen liegt, ist offensichtlich keine tolle Näherung. Zuerst ist irgendwie die Abweichung gering, ganz links. In der Mitte haben wir dann vor allem nach oben die Abweichungen und hier rechts nach unten die Abweichungen. Das sieht nicht gut aus. Also nicht so wie ein zufälliges Residuum, die Differenz zwischen Modell und Datenwert, die wird da so ordentlich ausschlagen, das ist nicht toll. Jetzt kann man natürlich das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, na gut, dann mache ich zum Beispiel eine stückweise lineare Approximation, indem ich jeden Datenpunkt als einen Knickpunkt annehme und da hinein jetzt einen Polygonzug lege. Da habe ich lokal auch noch lineare Modelle und durch die Definition der Modellstruktur, ich gehe garantiert exakt durch jeden Datenpunkt. Also wenn Sie so wollen, das Residuum dieses Modells ist per Definition natürlich null. Da gibt es keine Abweichung. Aber was wissen wir eigentlich schon seit der ersten Vorlesung? Wir haben hier Messrauschen in unseren Daten enthalten und dieser Versuch, möglichst genau zu sein auf diese triviale Art und Weise, führt dazu, dass in unserem Modell und damit auch in den Modellparametern, dieses Rauschen, das wir hier in den Daten finden, vollständig mit abgebildet wird. Und das ist eben sozusagen nur die zweitbeste Lösung. Formal haben wir alle Informationen ins Modell übernommen, aber ein Teil dieser Information ist sinnlos. Das ist Rauschen. Und daher ist dieses Modell nicht das Bestmögliche. Jetzt ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, welche Modellstruktur ist denn eine günstige? Und wir können annehmen, sagen wir, das sei ein Modell dritter, vierter Ordnung, polynomial, dass wir hier ein Approximationspolynom hineinlegen. Also nicht zu hoher Ordnung. Das können wir uns dann auch noch ansehen, was passiert, wenn man zu hohe Ordnung verwendet. Aber nehmen wir an, wir haben wenige Parameter, dann läuft dieses Modell zum Beispiel hier glatt irgendwie durch. Und man sieht auch, es läuft irgendwo da in der Mitte, wo wir Freiauge vermuten würden. Das ist eigentlich sinnvoll. Also glatt, das ist irgendwo ein Zeichen für die Regularisierung. Der Begriff wird jetzt noch öfter kommen. Das heißt, dass eben das Modell einzelnen zufälligen Einflüssen durch Rauschen nicht folgt. Regularisierung hat sehr viel mit Glättung zu tun. Haben wir ein Polynom niedriger Ordnung, haben wir durch die wenigen Parameter, die einen größeren Bereich anpassen müssen, bereits eine Regularisierung vorgenommen. Wir werden auch sehen, Regularisierung kann man bei komplexeren Modellen auch erzwingen durch Zusatztherme im Güte-Funktional. Aber, und das ist das Wichtige, ich versuche hier eine Struktur, eine Modellstruktur reinzubringen, die hier in dem Fall schon nicht linear sein muss, die damit den mittleren Verlauf der Daten besser abbildet. Und gleichzeitig muss ich Sorge dafür tragen, dass meine Modellstruktur nicht zu komplex wird und damit den Daten, dem Rauschen in den Daten, im Detail nachfolgen kann. Das ist, wenn Sie so wollen, auch ein bisschen eine Kunst. Es gibt ja hier nirgendwo den Beipackzettel zu diesen Messdaten. Was ist die perfekte Modellordnung? Was ist die perfekte Modellstruktur? Welche Regularisierung wäre anzuwenden? Das gibt es nicht. Sie müssen also rein aus den Daten hier Strukturen hineinlegen. Aber wie ich schon gesagt habe, unser Auge ist leistungsfähig. Plus, Sie bekommen von uns natürlich hier noch gezielt Methoden, um zu überprüfen, auch quantitativ, was liefert das Modell hier für Ergebnisse. Also ein Beispiel bei nicht-linearen Modellen ist durchaus auch das Residuum als Modellabweichung zu rechnen über diese Eingangsachse, dieses Residuum darzustellen und dann auch in Form von einem Histogramm die Verteilungsdichte des Residuums darzustellen. Unter Umständen über verschiedene Bereiche des Modells. Also Sie sehen hier, links rauscht das Modell weniger, rechts rauscht es mehr. Also es ist das Rauschen nicht in allen Amplitudenbereichen gleich verteilt. Also da gibt es natürlich statistische Spezialbegriffe, aber der Punkt ist, das ist alles sehr anschaulich und naheliegend, wenn man sich mit Modellierung und Identifikation beschäftigt hat, dass man auch danach trachtet, nachher in der Validierung die Ergebnisse entsprechend darzustellen. Gut, das heißt, Sie sehen hier, Approximation, Interpolation, das ist eine, ich würde mal sagen, das ist die zentrale Geschichte in der ganzen Modellbildung, aber ganz besonders natürlich in der nicht-linearen Modellbildung, weil wir eben so eine Fülle an unterschiedlichen Modellstrukturen schon haben, mit denen wir hier approximieren können. Also gehen wir mathematisch auf das Polynom ein. Es ist so, wie ich Ihnen gesagt habe, X ist hier die unabhängige, exakt bekannte Größe. Das heißt, diese X sind die Regressoren. Nachdem das X exakt bekannt ist, ist jede dieser Potenzen von X exakt bekannt. Die unbekannten sind diese Alpha Null bis Alpha N. Und der Ausgang Y wird zwar so modelliert, aber da kommt dann noch das Messrauschen dazu. Das heißt, wir können wieder ganz klassisch unsere Regressormatrix aufstellen. Und Sie sehen, wir beginnen hier, weil wir mit den Potenzen ansteigen, mit einem 1-Eintrag, einer Spalte, weil die zu dem A0-Vektor dazugehört. Also das ist X hoch 0 gleich 1. Und daher kommt diese Spalte her. Ja, und was haben Sie jetzt für ein Problem? Offensichtlich haben Sie hier ein List-Squares-Problem, wo Sie diese Parameteranzahl N, ist ja sehr viel kleiner typischerweise. Hier ist es als eindeutiges System noch aufgestellt, mit YN. Gleich viele Gleichungen wie unbekannte. Aber jetzt können Sie natürlich die Regressormatrix und den Ausgangsvektor weiterschreiben. Das hier, was Sie hier sehen, ist das Interpolationsproblem, aus dem natürlich sofort durch zusätzliche Messungen das Extrapolationsproblem und damit die Approximation gleichzeitig hervorgeht. Schauen wir uns das in einem Beispiel an. Ich habe Ihnen da Daten generiert. Das ist eine Sinuswelle, eine Sinusperiode mit relativ starkem Rauschen. Das ist normal verteiltes weißes Rauschen. Und jetzt sehen Sie hier drinnen mit der MATLAB-Funktion Polyfit-Polynom-Approximationen. Die ideale, unverrauschte Funktion, die quasi das perfekte Modell wäre, das ist die hier dünn durchgezogene Linie. Das ist ein echter Sinus. Und die beiden anderen Linien, die Sie sehen, ist ein Modell dritter beziehungsweise fünfter Ordnung. Warum ungerade? Naja, weil diese Funktion hier auch ungerade ist bezüglich hier diesen Punkt Pi ist das. Also Sie sehen, ich brauche zumindest dritte Ordnung, weil ich ja hier einen Wendepunkt habe. Fünfter Ordnung geht noch gut. Aber was ich schon sehen kann, ist, dass Modelle höherer Ordnung zum Rand hin typischerweise auch größere Abweichungen produziert. Und das ist die grundsätzliche Warnung bei derartigen Modellen. Wenn Sie Polynom-Approximationen durchführen, ich gehe hier auf einen Datensatz, der real ist, oder näher an der Realität, dann bekommen Sie in den Randbereichen sofort Probleme. Und zwar schon in den Interpolationsbereichen des Randes. Von der Extrapolation spreche ich noch gar nicht, die wird meistens unbrauchbar. Ja, Beispiel hier. Wir haben ein bisschen einen komplexeren funktionalen Zusammenhang. Das ist diese durchgezogene Linie. Die habe ich durch Überlagerung verschiedener Funktionen gebildet. Wir haben typisch auch mehr Daten im zentralen Bereich, weil das einfach häufiger auftritt, weil diese Betriebszustände häufiger anliegen. Und in den extremen Randbereichen weniger Punkte. Und jetzt habe ich versucht, das durch Polynome höherer Ordnung darzustellen. Und zwar wichtig ist für uns einmal das Polynom zwölfter Ordnung. Das ist die strichlierte Linie. Sie sehen, im Mittelbereich folgt das dem Modell eigentlich erstaunlich gut. Und wenn Sie dann in den Randbereich hineinschauen, dann beginnt, das ist eine typische Eigenschaft, beginnt das wie ein Interpolationspolynom zu arbeiten. Sie sehen es hier. Sie sehen es auch hier drüben am anderen Rand. Nicht so deutlich, aber dennoch. Es läuft hier rein. Und Sie bekommen dann ganz extreme Anstiege im Extrapolationsbereich. Also hier zum Beispiel haben Sie ein Extremum schon außerhalb der Daten. Und das biegt in die andere Richtung. Das ist eigentlich unmotiviert und liegt halt an den Parametern, die Sie im Modell haben, die Sie da gar nicht mehr eindeutig bestimmen können. Also, Sie können so etwas mit Vorsicht anwenden, aber dann nur noch im Inneren der Daten wirklich vertrauen. Eigentlich würde ich Ihnen raten, Polynom-Approximationen höherer Ordnung grundsätzlich nicht zu machen oder wirklich sehr vorsichtig. Was sehen Sie hier auch? Sie sehen eine ganz spezielle Polynom-Approximation, nämlich mit kubischen Splines. Kubische Splines sind für allgemeine Approximationen von irgendwelchen Kurvenverläufen, wo Sie einmal keine Idee haben, was da im Detail ein Modell sein könnte. Vor allem auch bei Kurvenverläufen über große Abschnitte, die sich teilweise erheblich voneinander unterscheiden. Und jetzt müssen Sie das irgendwie approximieren. Alles auf einmal. Da sind kubische Splines sehr leistungsfähig. Warum? Kubische Splines unterteilen den Bereich in Segmente und in diesen Segmenten, vielleicht gehen wir gleich weiter, damit Sie es hier als Formelsatz sehen, in diesen Segmenten werden stückweise Polynome, wie der Name sagt, kubisch, dritter Ordnung, eingepasst und die Bedingung, damit diese Splines jetzt glatt durchlaufen über diese Stückelung, sind sehr einfach, nämlich die Funktion muss stetig sein. Also in den Stützpunkten muss das zusammenpassen, da gibt es keine Sprünge. Wir wollen, und jetzt kommen die Zusatzforderungen, weil wir dritter Ordnung haben, haben wir noch zwei Zusatzforderungen. Am Randpunkt der Intervall gleiche Steigung, das heißt, es läuft ohne Knicke durch und an den Randpunkten gleiche Krümmung, also auch die zweite Ableitung, die Dent, was bedeutet, dass sich das besonders glatt hineinschmiegt. Das ist optisch ansprechend, das erklärt auch den Namen Spline. Wenn Sie nämlich ein biegsames Stahllineal, also einen Biegeträger, an den Intervallendpunkten gelenkig befestigen und dann vorgeben, dass der Spline die Daten mit bestmöglicher Approximation annähern soll, dann ist das das gleiche Problem, wie die kubische Spline-Berechnung. Okay, so, Sie haben also kubische Splines, aus denen alleine bekommen Sie bereits eine Approximation und Sie können die Glätte auch noch zusätzlich, Sie sehen hier, mit einem Parameter, der heißt P, steuern. Für P gleich 0 erhalten Sie dann eine Ausgleichsgerade und für P gleich 1 wird das eine immer bessere Anpassung. Heißt, dass Sie die Intervalle enger wählen, dass Sie mehr Splines hineinfitten. Das ist also in dieser Toolbox so programmiert, und damit natürlich auch zur Interpolation kommen können, obwohl Sie kubische Splines verwenden. P ist natürlich ein Regularisierungsparameter. Wählen Sie den Regularisierungsparameter sehr klein, haben Sie starke Klettung, Sie filtern das Rauschen quasi weg, aber Sie werden auch nicht linearitäten und feine im Modell vorhandene Dynamiken, Abweichungen nicht modellieren können. Gehen Sie für P gegen 1, dann kann das Modell sehr lokalen Änderungen gut folgen, aber es wird damit grosso modo auch dem Rauschen etwas mehr nachfolgen. Das ist genau dieser klassische Kompromiss. Also, kubische Splines, da gibt es eine ganze Toolbox in MATLAB zum Beispiel, das finden Sie eigentlich in jedem Daten zu verarbeitenden Tool. Das ist eigentlich der Goldstandard der schnellen Approximation von Daten. Wo verwenden wir das auch typischerweise in der täglichen Arbeit? Nehmen Sie an, Sie bekommen aus der Verfahrenstechnik Messdaten, die sind unter Umständen nicht equidistant gesampelt. Also, das könnte unter Umständen so ausschauen wie hier und das hier unten ist die Zeitachse. Und dann müssen Sie equidistant gesampelte Daten hier überhaupt einmal herausbekommen, hineinlegen. Ansonsten können Sie da keine Standard-Identifikationsmethode anwerfen. Also, die Möglichkeit, das zu tun, ist mit kubischen Splines in diese Daten reinzugehen. Durchaus, wir machen das mit Erfahrung und dem guten geschulten Auge einfach mal mit P herumspielen, bis das für uns plausibel aussieht und dann diesen kubischen Spline verwenden, um für ein fixes Raster auf der Zeitachse, also eine feste Abtastzeit, die Werte des Splines hier auszulesen und damit gleichzeitig Glättung und equidistant des Sample zu bekommen. Also, das ist eine Methode, die sehr universell ist und in der Praxis wirklich oft angewendet. Kubisches Spline sind. So, eine andere Methode, die ihre Vorteile dort hat, zum Beispiel, dass es auch höherdimensionale Zusammenhänge, also mehr unabhängige Regressoren leicht bewältigen kann, das sind radiale Basisfunktions Netzwerke. Jetzt sind wir das erste Mal bei so etwas wie einem radialen Basisfunktions Netzwerk, das auch ein neuronales Netz ist. Man kann das so bezeichnen, aber wir werden gleich sehen, die Struktur ist sehr einfach und entsprechend behandeln wir es gleich jetzt. Warum heißt das überhaupt so? Da sehen Sie die Formel, wie wird der Ausgang eines radialen Basisfunktions Netzes generiert? Und das hier ist die Modellstruktur. Das ist erstaunlich einfach. Wir haben eine Summe, also eine additive Überlagerung von linear gewichteten Funktionen und diese Funktionen Phi, die hier vorkommen, das müssen natürlich in irgendeiner Weise nicht lineare Funktionen sein. Weil sonst, wenn wir da eine lineare Addition haben von irgendwelchen bekannten Termen, dann haben wir ja wieder eine klassische Modellstruktur linear in den Parametern. Aber hier ist es ein bisschen komplexer. Das hier ist irgendetwas, was typischerweise, diese Nicht-Linearität, die klingt von Zentrum, also wenn der Funktionswert Null ist, zu größeren Werten zu Null ab. Daher auch eine Basisfunktion, die an der Basis einen zum Beispiel nominalen Wert von Eins hat und zu den Rändern hin gegen Null geht. Das heißt, wenn ich sehr weit aus meinen Daten, dort wo ich Messdaten aufgenommen habe, wo ich Basisfunktionen gesetzt habe, wenn ich von dort sehr weit weggehe, werde ich mit Sicherheit Null bekommen. Das ist auch eine günstige Art und Weise, in der Extrapolation keine bösen Überraschungen zu erleben. Auch deswegen ist das beliebt. Aber jetzt schauen wir noch einmal auf das Argument dieser Nicht-Linearen Funktion. Im Argument steht eben der Betrag CI minus X und das CI ist das sogenannte Zentrum der Basisfunktion Phi I. Das ist einfach eine Koordinate im Regressor Vektor X. Also X kann viele Koordinaten beinhalten. Einfach vorgestellt zum Beispiel zwei Koordinaten X1, X2 spannen eine Ebene auf und dann hat jedes CI auch zwei Koordinaten. Das ist genau der Fußpunkt, wo eine Basisfunktion sitzt. Über diesem Fußpunkt ist diese Basisfunktion hat sie ein Extremum, ein Maximum und je weiter ich vom Fußpunkt wegkomme und Sie sehen hier, das ist eben die euclidische Distanz, daher radial, egal in welche Richtung ich vom Zentrum weggehe, ich habe dann eine Höhenschichtlinie, die gleich hoch ist und daher eine Basisfunktion, radiale Basisfunktion. Zum Beispiel eine typische Wahl dafür, das hat man schon im Gefühl, ist eine Gauss-Funktion. Also die Gauss-Funktion ist sehr beliebt als Basisfunktion für die radialen Basisfunktion. Also gehen wir gleich hier zu einem Beispiel, das ist eindimensional. Sie sehen, in die schwarze durchgezogene Linie ist irgendetwas, das wir approximieren wollen und de facto, ich habe es natürlich umgekehrt aufgebaut, das Beispiel, aber de facto ist die schwarze Linie die Überlagerung dreier Gauss-Funktionen. Und Sie sehen, eine Basisfunktion hat das Zentrum bei minus zwei, eine bei null und die andere bei 1,5. So, und jetzt schauen wir uns die Parameter an. Hier offensichtlich sind schon zwei grundverschiedene Parameter. Der eine Parameter ist das Zentrum, Achtung, das Zentrum ist im Argument einer nicht-linearen Funktion. Also das Zentrum ist selbst sicher kein linearer Parameter, aber diese Gewichtung der radialen Basisfunktionen, die geht linear in die Optimierung rein. und das ist sehr angenehm, dass man zum Beispiel schon, ich sage mal ganz salopp, die Hälfte der Parameter hier, die kann ich durch Least Squares in einem Schuss optimal finden. Das ist schon etwas sehr Hilfreiches. Wo ich die Zentren wähle, das sagt mir das Modell nicht, da brauche ich irgendwelche schlauen Algorithmen, um die Zentren grundsätzlich mal zu setzen und in der Folge dann weiter zu optimieren. Hier ein Beispiel, ein einfacher Algorithmus wäre, ich schaue mir die Originalfunktion in schwarz an, die ich durch Daten gegeben habe. Ich schaue mir an, wo hat die das absolute Maximum und setze dort meine erste Gaussfunktion hin, meine erste Basisfunktion. Sie sehen, das ist gar nicht so weit weg von dem, wo man dann tatsächlich eine finden. Dann lege ich diese Basisfunktion schon mal fest und passe sie über List Squares Optimierung an, an die Daten und dann bleibt mir ein Rest über. Und der Rest werden zwei Hügel sein, einer hier und einer hier. Und bei jedem lokalen Extremum lege ich dann wieder eine Basisfunktion hinein. Ich beginne immer dort, wo die Abweichung am größten ist. Und so lange arbeite ich hier mit automatischen Einfügen von Basisfunktionen, bis das Residuum, also die Abweichung von diesem RBF-Netzwerk unter eine gewisse Schranke gefallen ist. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch großzügig sein, mit einem großen Residuum leben, denn in der Folge kann man dann die Zentren hier freigeben und in einer nicht-linearen Optimierung diese Zentren variieren. Das heißt, Sie können sich vorstellen, die Zentren hier drinnen, die rutschen jetzt ein bisschen nach links und nach rechts und zum Beispiel mit einer Gradientenmethode wird herausgefunden, in welche Richtung rutschen ist besser, bringt mir eine Verbesserung und dann rutsche ich so lange in diese Richtung, bis es wieder schlechter wird und so rutsche ich dann da rum und jede Basisfunktion darf variiert werden. Nach jedem Variationsschritt muss ich natürlich diese List-Quares-Lösung hier bestimmen, aber die ist nicht schwierig. Wir wissen, das geht sehr effizient und auf diese Art und Weise kann ich ein RBF-Netz auch optimieren. Aber ich habe schon einen nicht-linearen Optimierungsschritt notwendig für die Zentrumswahl. Eine Frage ist noch offen. Wo steckt der Regularisierungsparameter? Der Regularisierungsparameter hier drinnen, der ist implizit in der Auswahl dieser Gauss-Funktionen. Denn wenn ich sage, ich will hier eine Gauss-Funktion, die Höhe der Gauss-Funktion ist unproblematisch. Ich habe ja meinen linearen Faktor hier vorne. Der wird ja sowieso angepasst an die Daten. Aber ich kann immer mit normierten Gauss-Funktionen, was die Höhe betrifft, anfangen. Aber das Spread oder die Varianz dieser Gauss-Funktionen, man spricht dann bei RBF von Spread, das ist natürlich inhärent ein Regularisierungsparameter. Stellen Sie sich vor, ich habe hier lauter sehr kleine, ich schaue mal, haben wir das irgendwo hier? Nein, nicht wirklich. Aber stellen Sie sich schon in dem Beispiel vor, ich habe Gauss-Funktionen, wo jede innerhalb von zwischen 0 und 1 zum Beispiel hier aufklinkt, eine Spitze hat und wieder abklinkt. Ich könnte ja mit dieser Form der Funktion auch arbeiten. Dann finde ich aber nicht mit drei Funktionen das auslangen, sondern ich werde, jetzt sage ich eine Hausnummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 2 von diesen schmalen Funktionen brauchen, damit das da halbwegs klappt wird. Und wenn ich in den Daten starkes Rauschen habe, dann werde ich mit diesen spitzen, kleinen Gauss-Funktionen natürlich in den Daten auch schon wieder anfangen, hier herumzuwackeln. Also, oder extrem gesprochen, hätte ich hier eine breite Gauss-Funktion, dann würde die nur noch im Mittel da drinnen liegen, aber natürlich Gauss-Funktion bleiben. Das ist auch eine Möglichkeit. Und Sie sehen schon, der Spread ist implizit ein Regularisierungsparameter. Und de facto wählt man dann den Spread als Nutzer a priori versuchsweise aus, zum Beispiel von großen zu kleineren Werten hin, und lässt dann immer automatisiert diese Schleife der Optimierung durchlaufen, vergleicht das Ergebnis und hofft, dass man dann zu einem guten Kompromiss kommt. Was Sie schon sehen hier in der Anwendung von radialen Basisfunktionsnetzwerken, Sie kommen sehr schnell schon zu notwendigen nicht-linearen Optimierungsschritten und die Beurteilung, ob das Ergebnis gut oder schlecht war, die erfordert schlicht Expertenwissen oder sehr viel probieren. Wenn Sie damit erst anfangen, dann müssen Sie alle Varianten durchprobieren, um zu lernen, was bringt das und bin ich damit glücklich. Hier haben Sie das Beispiel von zuvor, das haben wir gesehen bei der kubische Spline-Approximation versus Polynom-Approximation und jetzt haben Sie auch eine RBF-Approximation mit fünf gaussischen Basisfunktionen. Der Spread ist natürlich schon sinnvoll und passend hier gewählt worden und Sie sehen, dort wo viele Daten sind, sind wir so gut wie eine Polynom-Approximation. Da am äußeren Rand passiert das, was Gauss-Funktionen eben machen. Sie klingen garantiert ab. Also wenn Sie nicht da draußen lustigerweise ein Zentrum hinsetzen, was ich Ihnen nicht rate, weil da sind keine Daten mehr, Zentren setze ich immer innerhalb der Daten, dann bekommen Sie am Rand immer Abklingen gegen Null. Das heißt, Sie können beim Extrapolieren erwarten, dass hier keine Katastrophen passieren. Das ist ein Feature, das hat halt auch Nachteile, dass vielleicht in dem einen oder anderen Datensatz dann Randdaten auch nicht mehr gut abgebildet werden. Aber das ist genau die Eigenschaften von einem RBF-Metz. Okay, wir haben jetzt kurz nur statische Modelle besprochen. Ich gehe noch zu einer Abbildung, weil das aus einem Forschungsprojekt kommt. In dem Forschungsprojekt, das ist eigentlich relativ einfach. Sie sehen hier unten die Eingänge, wo Y und X Label steht. Das sind hier zwei Größen. wir hatten damals mit der AVL-List GmbH Daten von Verbrennungsmotoren auf dem Prüfstand uns angeschaut, nur statistisch ausgewertet. Das könnte zum Beispiel sein Ansaugdruck und Abgastemperatur, also Ansaugunterdruck, Abgastemperatur. Das sind verschiedene Betriebszustände offensichtlich, die da drinnen aufgespannt werden. Und in diesem Fall wäre die Höhe der Punkte lediglich die Häufigkeit des Auftretens. Es ging hier nämlich darum, falsche Daten automatisiert zu erkennen. Was sind falsche Daten? Das ist ein Sensorausfall. Dass zum Beispiel hier dann irgendwo, wo normalerweise gar nichts vorkommt, alle Daten hier liegen, weil die beiden Sensoren kaputt sind und so ein Signal liefern. Das heißt, was wir gemacht haben, ist die Häufigkeit dieser Daten darzustellen, diesen funktionalen Zusammenhang darzustellen, durch ein radiales Basisfunktionsnetzwerk selbstlernend. Das ist auch adaptiv. Das heißt, je mehr Testläufe eines Motortyps dazukommen, desto besser wird dieses Modell nachgeschärft. Und dann wird dieses Modell verwendet, um bei einem neuen Testlauf online zu erkennen, ob die Häufigkeit der dort vermessenen Daten mit den bisherigen Daten übereinstimmt. Das heißt, liege ich am Modell, ist die Messung okay, generiere ich hier in dem Modell ganz neue Daten, starke Abweichungen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass hier eine Fehlmessung vorliegt. Wenn man das stark automatisiert, heißt Fehlmessung natürlich nicht eindeutige Diagnose, sondern leuchtet ein oranges Licht und es muss der Experte, der das Ganze bedient, direkte Nachschau halten. Aber Sie sehen, das ist ein Modell, wo man mit einer sehr allgemeinen Modellstruktur sehr allgemeine Datenstrukturen nachbilden kann. Es gibt eine Menge an Verfeinerungen wie in jedem Modell, aber das Grundkonzept haben Sie damit gelernt. So, jetzt kommen wir dorthin, dass wir uns mit der praktischen Vorgangsweise noch einmal zum Abschied des Kapitels lineare Methoden und statische nichtlineare Methoden, dass wir uns noch einmal mit dieser Vorgangsweise beschäftigen. Wie gesagt, diese Vorgangsweise werden wir dann im neuen Jahr, im Jänner, in der ersten Vorlesungseinheit durcharbeiten. Das heißt, wir werden das noch einmal kurz überholen, diesen Theorieabriss, und dann uns praktische Daten in MATLAB anschauen und dort mit einer grafischen Benutzeroberfläche das Ganze durchexerzieren. Also, ich gehe mit Ihnen das Ganze durch, damit Sie es mal gesehen haben und ich werde das entsprechend betonen, was hier sehr wichtig ist. Das Erste, was hier steht, was sehr wichtig ist, die Messdaten plotten und anschauen. Das ist ganz trivial, das ist sehr, wie soll ich sagen, naheliegend und das machen die meisten Leute ohne dies automatisch, verzichten Sie nicht darauf. Das ist selbst für Laien außerordentlich aussagekräftig und für den Experten sowieso. Also, optische Inspektion, Sie schauen sich die Daten an, Sie erkennen sofort die klassischen Messfehler. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie von irgendjemandem Messdaten bekommen und der sagt zu Ihnen, wir haben ein tolles Messsystem, wir haben da lange gemessen, Sie kriegen ganz tolle Messdaten von uns. Dann schaut man in die wichtigen Kanäle rein und sieht laut der Nulllinie, weil der Sensor nicht angeschlossen war, weil das eh vorhandene Signal aber nicht übertragen wurde in das Datenfile. Es gibt so viele Möglichkeiten, was passiert ist, aber Sie schauen rein und Sie sehen das. Nicht den Datensatz in Matlab füttern, mit einer riesen Matrix von Daten herumarbeiten und sich wundern, dass dann nach Stunden oder Tagen einfach nichts herauskommt. Da geht's los. Messdaten plotten und natürlich auch schon gezielt nach Fehlern suchen. Also klassische Fehler sind natürlich Offsets, das kann auch bei Spannungssignalen natürlich passieren. Der Drift, das heißt, dass ein Offset-Zeitvariant ist. Ausreißer, das ist auch sehr beliebt oder auch Nullwerte. Also je nachdem, wie die Signalleitung aufgebaut ist, kann da alles Mögliche passieren. Was ist denn noch ein Klassiker der Messpäler? Das kennen Sie vielleicht schon aus Labors, die Sie im Studium absolviert haben. Die Energieversorgung in Europa hat 50 Hertz Netzfrequenz. Das heißt, weniger die Netzleitung selber als manche Geräte, vor allem alte, nicht entstörte Elektrogeräte, elektrische Antriebe, werden dann mit 50 Hertz auch elektromagnetische Strahlung abgeben, die von jeder Messleitung, die mehr oder weniger eine Antenne darstellt, dann aufgenommen werden. Das heißt, dieses Netzbrummen, das kommt aus der Akustik, wenn Sie das Signal auf einen Lautsprecher legen, dann hören Sie da irgendein Knistern, Summen und ein Brummen bei 50 Hertz. Also dieses Netzbrummen ist zu entfernen. Sonst ist bei der Identifikation natürlich keine Konsistenz da. Sie regen breitbandig an und haben bei 50 Hertz am Ausgang einen Riesenpeak und das schaut so aus, als hätten Sie da ein schwingungsfähiges System mit der Frequenz. Nein, natürlich nicht, das ist das Netzbrummen. Also nach dem kann man gezielt suchen. Das Netzbrummen sehe ich im Zeitsignal meistens nicht, aber in einem Spektrum, in der Spektralendarstellung sehe ich es als Spitze wunderschön. also Netzbrummen und dann auch harmonische Vielfache, weil es vielleicht ein bisschen verzerrt ist, immer anschauen und überprüfen. So, das heißt, wir sind schon bei diesem Tipp eben nicht nur, oder ich werde beides markieren, damit es einfach da drinnen steht. Sie sollen also die Daten sehr wohl im Zeitbereich anschauen, plotten, als auch im Frequenzbereich, weil gewisse Eigenschaften der Daten im Frequenzbereich sofort sichtbar sind, Stichwort Netzbrummen, andere im Zeitbereich sofort sichtbar, also Stichwort Ausreißer, Nulllinie, Trifft, zum Beispiel im Spektrum nicht besonders schön zu erkennen. Also, das ist jetzt wirklich die Sache, wo man sagt, da schaue ich mir alles an, geduldig, ich vergleiche Eingangssignal, Ausgangssignal, über den ganzen Messbereich, oft muss man dann, weil ja so Fehler vorliegen, Datenbereiche ausschneiden. Das ist schon einmal eine wichtige Vorarbeit, jene Datenbereiche zusammenzustückeln, die verwendbar sind und jene, wo es irgendwelche Probleme gegeben hat, einfach auch wegzulassen. Also, das ist eine wichtige Sache. Das Nächste, was natürlich auch wichtig ist, ist die Filterung. Also, die Filterung der Daten, da muss man jetzt aber aufpassen, da können es natürlich auch ganz schnell großen Unfug machen, wenn Sie die Daten falsch oder schlecht filteren. Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn in dem Frequenzbereich, wo eigentlich Systemdynamik identifiziert werden soll, Ihr zum Beispiel Tiefpass-Filter schon längst abgeschnitten hat, dann haben Sie natürlich die Information über das System weggeschnitten. Also, Filterung ist bei uns in der Identifikation sehr vorsichtig einzusetzen. Warum werden Sie nicht rauschen, einfach wegfiltern? Zwei Dinge dazu zu sagen. Wenn Sie sehr hochfrequente Anteile in der Messung haben, dann wollen Sie unter Umständen diese Teile nicht. Wenn Sie es jetzt aber Tiefpass-Filtern, haben Sie ja trotzdem noch das hochfrequent gesampelte Signal. Das ist also gar nicht sehr effizient. Besser wäre es, ein Anti-Aliasing Filter zu verwenden und ein Resampling auf eine niedrigere Abtastfrequenz zu machen. Das ist die richtige Methode. Denn dann haben Sie gut numerisch gut konditionierte Identifikationsprobleme und das hochfrequente Messrauschen kann Ihnen automatisch nicht mehr weh tun. Es ist nicht mehr drinnen. Also dieses Resampling, das ist eine ganz wichtige Sache. Beachten Sie, die aus irgendeinem Grund sind die Leute meistens sehr begeistert davon, sehr hochfrequent abzutasten. Womit sie meistens reines Stochastik erfassen und den Messdatenspeicher um den Faktor 10 aufblähen, ohne dass da irgendein sinnvoller Informationsgehalt drinnen wäre. Deswegen wirklich sich fragen, nicht einfach darauf los, ja, das haben wir gelernt, das geht, wir können identifizieren, sich fragen, wo erwarte ich in meinem Modell die signifikante Dynamik? Welcher Frequenzbereich ist das? Welche Nyquist-Frequenz brauche ich daher? Und die verdoppelt ist dann die Abtastfrequenz, die ich benötige und darüber benötige ich nichts. Also werde ich ein Resampling auf diese Abtastfrequenz durchführen. Das ist bei uns, ich würde einmal sagen, mindestens in 9 von 10 Messdatensätzen, die wir bekommen, gibt es ein Resampling. Ausgenommen solche Messdaten, wo wir von vornherein schon selber gestalten können und dann entsprechend die Sampling-Frequenz schon von Anfang an sinnvoll wählen. Also Sie sehen, da steht da kurz und bündig, aber ich erzähle Ihnen dazu, was für Aspekte da alles mitspielt. Das ist also ganz ernst zu nehmen, was Sie da sehen. Das steht nicht so, als, wie soll ich sagen, naja, kann man alles machen, aber ist nicht so wichtig. Wenn man dann nur die tolle Identifikationsmethode wählt, wird es schon gehen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie hier am Anfang in Preprocessing die Daten schlecht aufbereiten, dann können Sie nachher nichts mehr retten. Also seien Sie gewarnt, nehmen Sie das ernst und machen Sie das sehr gründlich. Die Voridentifikation ist genau dasselbe. Da könnte jetzt auch jemand sagen, ich habe ganz tolle Dinge gelernt. Ich kann mit der Prediction Error Method, ich kann direkt im Zustandsraum Modelle erstellen, aber welcher Ordnung, welchen Frequenzbereich erwarte ich? Machen Sie diese einfachen Methoden der Voridentifikation. Die haben immer einen Wert, weil Sie ganz schnell und vor allem auch sehr robust erste Informationen bekommen und dabei ist natürlich im Zeitbereich die Korrelationsanalyse und im Frequenzbereich die Spektralanalyse zu meinen. Das ist wunderschön beides zu machen. Die sind unabhängig mathematisch gesehen. Allerdings sind sie das duale Problem. Das heißt, sie hängen natürlich zusammen. Das heißt, wenn Sie beide Methoden anwenden und Sie liefern konsistente Ergebnisse, dann haben Sie auch wirklich schon zuverlässig eine Aussage. Schon in der Voridentifikation weiß ich, das sind verlässliche, belastbare Ergebnisse. Also wenden Sie immer beides ab. Bei der Korrelationsanalyse ganz wichtig, Todzeit. Ich kastle das extra nochmal ein. Wenn Sie die Todzeit in Ihrer parametrischen Schätzung, in Ihrer parametrischen Systemidentifikation, wenn Sie die Todzeit falsch wählen, da kommt überhaupt nichts Sinnvolles mehr heraus. Wir haben es uns ja angeschaut. Falsche Todzeit, völlige Schnapsergebnisse. Also mit der Korrelationsanalyse sehr schön statistisch, auch als Hypothesentest, wo liegt der erste Wert außerhalb des Null- Konfidenzintervalls, kann ich wunderschön schon einmal eine Information über Todzeit bekommen. Ganz wichtig auch, manchmal bekommen Sie die Messein- und Ausgangsdaten akausal verschoben. Aus irgendeinem Grund wurde das Ausgangssignal nach vorne verschoben am Datenträger. Da geht gar nichts mehr, außer eine Korrelationsanalyse. Die hat damit kein Problem. Und Sie sehen, dass Sie akausale Daten haben, was Ihnen überhaupt kein Problem macht, denn Sie verschieben es dann einfach selber händisch auf eine Todzeit von eins, das ist die Standard Formulierung eines diskreten Modells und Sie können wieder alle Methoden anwenden. Wenn Sie das machen, können Sie alles wieder entvieren, können ein sinnvolles Modell herausbekommen. Wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie ein Problem, Sie kriegen keinerlei Ergebnisse. Sie wissen nicht mal warum. Okay, also auch hier wiederum ernst nehmen, immer durchführen. Wenn wir jetzt zu den parametrischen Modellen kommen, dann ist ja immer der Klassiker, welche Modellstruktur, das entspricht unmittelbar der Frage, welches Rauschfilter, daraus ergibt sich dann natürlich auch die Schätzmethode. Aber das weiß ich ja am Anfang nicht, das sagt mir auch nicht unbedingt, was die Voridentifikation geliefert hat, denn die braucht kein Rauschmodell. Das ist ja ein Vorteil, darum bin ich ja hier sehr robust. Ich weiß noch nichts über das Rauschmodell, das heißt, was ich hier machen muss, ist durchprobieren. Hier kann ich wirklich nur probieren. Sie werden aber sehen, wenn wir dann im nächsten Jahr mit einem guten, mit einer guten grafischen Benutzeroberfläche arbeiten, einem effizienten Numerik-Tool, das schätzt im Hintergrund, plus ganz wichtig, uns die schönen Validierungsergebnisse liefern, dann können wir ganz schnell auch diese Strukturentscheidung über das richtige Rauschmodell finden, wobei, ich mache jetzt wieder diese grundsätzliche Einschränkung, denken Sie daran, das habe ich immer wieder gesagt, in der Realität gibt es gar kein ARX-Modell, Armax oder was sonst immer. Sie finden hier nur jenes Modell, das bei einer minimalen Parameter Anzahl und damit besserer Generalisierung die vorhandenen Messdaten in der Validierung gut annähert. Das heißt, ein einfaches ARX-Modell, das trotzdem relativ gut ist, wird im Allgemeinen immer ein Box-Jenkins-Modell ausstechen, das noch ein bisschen besser ist. Denn es geht man nicht um die zwei Prozentpunkte mehr Performance, wenn ich dafür die doppelte Parameter Anzahl haben muss. Ich sage Ihnen das so salopp, schreiben Sie das nicht mit als Zahlenwert und sagen Sie, das hat der Kotze gesagt, das muss so sein, das ehrt mich zwar, stimmt aber so nicht. Es geht hier darum, eben zu sagen, das bestmögliche Modell hat einen guten Kompromiss zwischen geringer Komplexität, das umfasst auch geringe Parameter Anzahl und einer allgemein guten Performance. Also nicht nur bei Ihrem speziellen Validierungsdatensatz, sondern auch immer später noch, was ich nicht unmittelbar überprüfen kann, aber was durch die geringe Parameter Anzahl eher gegeben ist. Also ganz wichtig, gezieltes Probieren mit einem guten Tool schnell die Validierungen durchlaufen und dann kann ich mich hier iterativ von einfachen zu komplexeren Modellstrukturen verlässlich durcharbeiten und nachher einen guten Kompromiss finden und auch dokumentieren. Für die Modellordnung gilt genau das Gleiche. Ich werde mit niedriger Modellordnung bei jeder Struktur beginnen und mich langsam vorarbeiten. Dazu aber, da muss ich nicht blind alles ausprobieren. Ich habe schon die Voridentifikation, also ich weiß ungefähr die Komplexität der Dynamik. Wenn ich mit dem ARX-Modell eine Identifikation mit steigender Ordnung durchgeführt habe und ich komme drauf, unter Ordnung 3 geht mit dem ARX-Modell gar nichts, dann brauche ich nicht nachher bei ARX-Modell Ordnung 1 und 2 probieren. Bei so groß ist der Struktur Unterschied nicht, das wird mir auch keinen Vorteil bringen. Oder Todzeit. Wenn es um die Todzeit geht, Sie sehen hier mit der Korrelationsanalyse habe ich ja schon eine Schätzung der Todzeit. Wenn ich da reingehe dann in die parametrische Identifikation, kopiere ich noch einmal, indem ich diese Todzeit variiere und schaue, ob beim parametrischen Modell mit dieser Todzeit auch die besten Ergebnisse rauskommen. Also zwei unabhängige Verfahren, um die Todzeit zu evaluieren. Habe ich das aber gemacht, zum Beispiel mit dem ARX-Modell, habe ich die Todzeit festgelegt, dann werde ich die später nicht mehr angreifen. Denn das ist etwas, was sehr sensibel ist. Habe ich die richtig, ist es für jedes folgende Modell, für jedes Rauschmodell auch gültig. Also, Korrelationsanalyse, Sie sehen es, hier ist es sozusagen prototypisch gezeigt. Sie bekommen hier ja eine Schätzung der Impulsantwort. Und Sie bekommen hier, das macht Matlab für Sie automatisch, ein Konfidenzintervall für die Nulllinie. und da sehen Sie, die ersten 1, 2, 3, 4 Abtastwerte des Ausgangs liegen innerhalb der Nulllinie, bevor der fünfte signifikant heraussticht. Das heißt, in dem Fall kann ich einmal mit gutem Recht vermuten, das ist eine Todzeit von fünf Samples und mit der gehe ich dann ins AIX-Modell und beim AIX-Modell teste ich dann noch vielleicht Todzeit vier Samples Todzeit sechs Samples um mir bestätigen zu lassen, nein, mit fünf Samples geht es bei weitem am besten. Und Sie sehen, das brauche ich hier nur abzählen. Welcher Sample geht das erste Mal signifikant aus dem Konfidenzintervall? Noch einmal hier als Nebenbemerkung, ein Konfidenzintervall, das ist kein Kriterium, wo ich reinzoomen kann bis zum Faktor 100, um zu entscheiden, liege ich außerhalb oder innerhalb und dann ist es diese Todzeit oder nicht. Bitte auch hier so interpretieren, wenn das die 95% Konfidenzintervall ist, werden fünf Prozent der Punkte draußen liegen, obwohl sie eigentlich null sind. Also auch hier ein bisschen anschauen, was los ist, die liegen ja alle eng beisammen hier bei null, da ist alles klar, das ist sehr deutlich, aber würde das stärker rauschen und einer dieser Punkte vorne ist so knapp hier außen drüber, dann schauen wir über den hinweg. Also sie müssen hier schon lernen, diese statistischen Maße und Kriterien entsprechend auch zu würdigen. Wie gesagt, es ist auch kein Beinbruch, wenn sie sagen, ich sehe, der zweite ist schon draußen, ganz knapp, aber er ist draußen, dann probieren sie mal das parametrische Modell mit Todzeit zwei. Das wird völligen Topfen liefern, also lassen sie das dann besser. Deswegen beide Methoden auch. Okay, also sie sehen, wie ich gerade gesagt habe, mit dem AX-Modell, niedriger Ordnung, Todzeit variieren, zweite Methode und dann liegt es aber fest. Gut, kommen wir zur Modellvalidierung. Ich habe immer gesagt, ja, das Modell, das sie machen, ist nur so gut wie seine Validierung. Das ist ein ganz wichtiger Stehsatz. Wie validiere ich die Modelle? Vor allem, wenn ich jetzt viele verschiedene Strukturen ständig durchlaufe, was schaue ich mir an, um zu sagen, ja, da stimmt die Modellordnung, da stimmt das Rauschfilter, diese Parameter sind verlässlich geschätzt. Was schaue ich mir alles an? Da gibt es ein paar Sachen, die ich standardmäßig quasi immer nebeneinander als Figures offen habe und mir werden wir dann live machen, hier gehen wir es einmal nur im Trockentraining durch. Das eine ist natürlich der Klassiker, das ist das, was jeder trivial vermuten würde. Ich schaue mir den Prädiktionsfehler an. Also das, was ganz am Anfang des Scriptum ist, dieses Blockshark-Bild, ich teile meine Daten auf, das haben wir jetzt nicht gesagt, weil es ja eh so oft gesagt wurde, aber bitte auch nicht vergessen im Preprocessing, ich habe einen Identifikationsdatensatz und ich habe einen Validierungsdatensatz, Stichwort Kreuzvalidierung. Und jetzt schaue ich mir den Prädiktionsfehler in meinem Validierungsdatensatz an und stelle fest, welches Modell kann im Mittel den gemessenen Ausgang gut vorhersagen. Warum im Mittel? Ja, weil wir Messrauschen haben, weil wir das Messrauschen nicht vorhersagen können und vorhersagen wollen. Also ich brauche in der Kreuzvalidierung eine möglichst gute Performance. Das schaue ich mir im Prädiktionsfehler an. Das ist ein No-Brainer. So versteht auch ein Laie ein gutes Modell. So, was muss ich mir aber auch anschauen? Trainings-Validierungsdaten habe ich schon gesagt. Ich muss jetzt ein bisschen nach dem Text vorgehen, dass ich sie da nicht verwirre. So, die Modellordnung. Bei der Modellordnung gibt es eine ganz einfache Sache. Je höher das Modell in seiner Ordnung wird, desto besser kann es die Daten approximieren. Bei einer Kreuzvalidierung gibt es irgendwo ein Optimum. Aber das ist nicht sehr deutlich und ausgeprägt. Es gibt aber eine sehr sensible Darstellung, um zu hohe Modellordnung zu erkennen. Und ich sage dazu, zu niedrige Modellordnung wird immer dazu führen, dass der Prädiktionsfehler groß ist. Ich kann einfach nicht abbilden, was der Ausgang macht. Ich habe nicht die notwendigen Freiheitsgrade. Also gehe ich hinauf mit der Modellordnung. Zu niedriger Modellordnung kann ich mit dem Prädiktionsfehler abfangen und zu hohe Modellordnung, indem ich in einen Pol Nullstellen Plot schaue. Hier haben Sie ein Modell, das habe ich selber generiert, mit dem Modell habe ich Daten generiert und dann habe ich mit der Toolbox identifiziert und die Toolbox liefert genau diesen Pol Zero Plot von meinem Modell natürlich. Das ist das identifizierte Modell und da sehen Sie mit einer Nullstelle und drei Polen bekomme ich dieses Porträt hier. Wir sind zeitdiskret, im Einheitskreis stabiles Modell, konjunktiert komplexe Pole, ein reeller Pol, eine Nullstelle. Okay. Jetzt habe ich zu diesem System noch einen Pol und eine Nullstelle hinzugefügt, also im Zähler- und im Nennerpolynom um eins die Ordnung erhöht. Wo sind die hingegangen, dieser Zusatzpol und diese Zusatz Nullstelle? Die liegen sehr nahe am Einheitskreis und sie liegen nahezu deckungsgleich. Denken Sie daran, wenn Zähler- und Nennerpolynom faktorisiert sind in Klammerausdrücke mit Polen und Nullstellen und ich habe im Zähler- und Nenner fast das gleiche stehen, bei einem Pol und einer Nullstelle. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann die kürzen. Und selbst wenn es nicht exakt ist, diese Kürzung, dann kann es näherungsweise kürzen. Das heißt, wenn ich eine Partialbruch zerlegung mache, haben die winzig kleine Residuen. Was heißt das? Es wirkt sich nicht aus in der Dynamik. Umkehrschluss, die Dynamik, die durch diese Ordnung hier gegeben war, war absolut ausreichend, um den Ausgang zu erklären. Alles, was ich jetzt noch hinzutue, da ist sogar noch eine Nullstelle dazugekommen, das habe ich übersehen. Sie sehen ja, die Lage der Pole ändert sich nicht. Die Nullstelle, die hier reell war, die bleibt ungefähr bei gleichem Wert und wird dann konjugiert komplex Nullstelle, aber da ändert sich auch nicht viel in der Wirkung. Das hier ist das Entscheidende. Ich sehe, da habe ich was dazugetan, was gar nichts bringt. Und wenn Sie da jetzt weitermachen, wieder besseren Wissens, dann bekommen Sie typischerweise diesen Einheitskreis, Sie haben noch sechs Pole, sechs Nullstellen dazugetan, dann wird dieser Einheitskreis mehr oder weniger in gleiche Segmente unterteilt, also in gleiche Winkelabschnitte und immer an jedem Endpunkt nahe beim Einheitskreis finden Sie dann immer eine Pole und eine Nullstelle, die Sie nicht brauchen können. Also wenn Sie sowas sehen, dann wissen Sie sofort viel zu hohe Modellordnung. Sie können die drastisch reduzieren und deswegen und auch wegen des Rechenaufwands ist natürlich sinnvoll von einer sehr niedrigen Modellordnung zu einer höheren Modellordnung schrittweise vorangehen. Immer zuerst die Pole erhöhen, dann die Nullstellen und so schrittweise raufgehen und schauen, wann habe ich das erste Mal dieses Phänomen. Also ganz wichtige Sache, die oft einfach ignoriert wird, obwohl es so trivial ist ignoriert und die Leute kommen mit irgendeiner Modellordnung, weil man sagt, das ist ja komisch, wieso ist das eine siebte Ordnung, Übertragungsfunktion, ich habe ja äußerst selten, dass die irgendwann Sinn hätte. Naja, die war am besten im Prädiktionsfehler. Ja, beste Performance scheinbar, nach einem einzigen Kriterium, aber ich warne sie davor, das eben so eindimensional durchzuführen. So, und jetzt kommen wir zum Rauschfilter, jetzt haben wir nur die Ordnung der Übertragungsfunktion gesprochen. Und beim Rauschfilter denken Sie an die Ableitung bei List Squares. Sie können gerne zurückblättern zu List Squares Ableitung, wo es geheißen hat, ja mit List Squares schätzt man ein ARX-Modell, aber warum? Naja, wenn man das Blockschallbild anschaut und sich die Frage stellt, wann ist das wirklich Äquivalent, was man da geschätzt hat, dann kommt man drauf, das ist nur Äquivalent, wenn das Rauschfilter einem ARX-Filter entspricht und natürlich die Polynome auch passen. Aber der Punkt ist, wir haben das getestet, indem wir gesagt haben, das Residuum soll reines weißes Rauschen sein. Nun, wie teste ich ein Signal auf weißes Rauschen, auf diese Eigenschaft? Ich schaue mir die Autokorrelations Funktion an. Ich könnte mir auch das Spektrum anschauen, aber beim Spektrum habe ich so Artefakte, Stichwort Frequency Leakage. Da schaue ich mir lieber die Autokorrelations Funktion an, die kann ich mathematisch exakt für beliebig kleine Datensegmente rechnen. Das muss ein chroniger Delta Impuls werden, wenn das Residuum weißes Rauschen ist. In MATLAB wird das so gemacht, dass ich die Autokorrelation des Residuums plotte. Es wird automatisch die Konfidenzintervalle hier für die Nulllinie wieder mitgerechnet und der Wert bei Tau gleich Null, der wird gar nicht geplottet. Der interessiert uns nicht. Wir wissen ja, bei einem perfekten weißen Rauschen ist der Wert bei Tau gleich Null einfach die Varianz des weißen Rauschens. Das liegt irgendwo da oben. Das ist ein positiv quadratischer Wert. Interessiert uns nicht, wo der liegt. Es interessiert uns, wo alle anderen Werte liegen. Die müssen nämlich, damit ich Chroniker Delta habe, ungefähr im Konfidenzintervall liegen. Schauen wir uns die schwarze Linie für das schwarze Modell an. Das ist das richtige Rauschfilter und Sie sehen tatsächlich, das sieht aus, und Sie sehen hier meine kleine Überschreitung, aber das ist eben ein Konfidenzintervall. Die liegen praktisch alle da drinnen und damit kann ich sagen, ja, passt, in guter Näherung, das Rauschfilter leistet schon das Richtige. Während dieses, die Autokorrelation des blauen Residuums kommt von einem Modell mit dem falschen Rauschfilter und das ist relativ sensibel. Das heißt, auch wenn Sie die Ordnung erhöhen, aber das Rauschfilter ist falsch, da kriegen Sie das nicht weg. Das ist sehr hartnäckig. Natürlich kann es sein, ich sage Stichwort Output Error Model, Output Error, was hat das für Rauschfilter? Das hat das Einheitsfilter, reines weißes Rauschen. Das ist sehr selten in der Praxis. Dieses Modell liefert aber oft niedriger Ordnung sehr gute Prädiktionen. Das Kriterium der Vorhersage des Modells ist bei niedriger Ordnung schon sehr gut, aber die Autokorrelations Funktion schaut gar nicht gut aus. Das ist dann eine Entscheidung, die müssen Sie selber treffen, wo Sie sagen, ja, das Rauschfilter zeigt mir, also die Korrelationsanalyse zeigt mir, das ist kein Output Error Model, das hat aber die Fähigkeit niedriger Ordnung sehr gut den Ausgang vorher zu sagen, daher ist das auch eine mögliche Modellwahl. Aber Sie müssen dokumentieren, dass eben die Residuenanalyse so ein Ergebnis gegeben hat. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen feiner rein. Unser Rauschfilter ist eine Übertragungsfunktion. Wir haben daher einen Nenner und einen Zählerpolynom. Und die Autokorrelation des Residuums, die sagt uns etwas über das korrekte Nennerpolynom, während die Kreuzkorrelation des Residuums mit dem Ausgang etwas über das Zählerpolynom sagt. Das heißt, hier können wir jetzt nicht nur die Struktur des Rauschfilters, sondern wir können auch etwas über die Ordnung des Rauschfilters sagen. Aber zum Beispiel Struktur reicht uns ein ARX oder brauchen wir ARMAX. Denn ARX und ARMAX haben unter Umständen dasselbe Nennerpolynom. Aber ARMAX hat zusätzlich noch ein anderes Zählerpolynom. Das heißt, beide würden hier gutes Ergebnis liefern in der Autokorrelationsfunktion des Residuums Nennerpolynom. Aber beim Zählerpolynom wäre das ARX Modell schlecht, weil es einfach nicht passt. Hingegen hat das ARMAX Modell hier die Möglichkeit noch ein korrekt ein besseres Mehr Freiheitsgrade reinzubringen. Um das besser anzunähern. Sie sehen, die schwarze Linie weicht hier auch noch ein bisschen ab in der Kreuzkorrelation einmal und dann liegt es aber deutlich besser drin. Also wenn ich diese zwei Kurven sehe, dann sage ich, naja, die theoretische Vorhersage ist nicht erfüllt, aber ich sehe ja schon, die Abweichungen da in dem blauen Modell sind deutlich signifikant größer, also nehme ich doch, wenn die Parameter Anzahl vergleichbar ist, die Performance vergleichbar, nehme ich lieber das schwarze Modell. Weil da kann ich guten Gewissens sagen, parametertreue Schätzung, weil Residuenanalyse auf ein korrektes Rauschmodell hinweist. Okay, das war's. Es gibt dann natürlich noch andere Validierungs Darstellungen. Wir schauen uns das Bode Diagramm an, wir schauen uns die Sprungantwort an, damit wir die Modelle auch im Vergleich sehen. Auch da kann man eine Menge daraus lernen und vieles damit machen. Aber im Grunde genommen sind das die wesentlichen Dinge, die wir in der Validierung betrachten werden. Gut, das ist der Bereich Lineare und ein bisschen die nicht-linearen statischen Modelle, die haben wir da dazugenommen, wobei das willkürlich ist, die könnte man auch ins Folgekapitel reintun, in die künstlichen neuronalen Netze. Nachdem wir eigentlich ganz gut in der Zeit liegen, würde ich Folgendes vorschlagen, dass ratlos anstiegeln können. Gleich vorweg, die künstlichen neuronalen Netze, das ist keine ganz unglaublich magische Sache, sondern das ist nur eine weitere nicht-lineare Modellformulierung, wo ich durch nicht-lineare Parameter Optimierung Systemeigenschaften anpassen kann. Der wesentliche Vorteil künstlicher neuronaler Netze ist, dass sie in sehr unterschiedlichen Varianten kommen, dass sie skalierbar sind, von sehr einfach zu sehr komplex, in verschiedenen Dimensionen und aus diesem Grund mit quasi einer generischen Grundstruktur sehr viele unterschiedliche Aufgaben gelöst werden können. Dazu auch ein Wort der Warnung. Diese Eigenschaften verwenden leider viele Leute auch dafür, dass sie dann mit Kanonen auf Spatzen schießen. So nach dem Motto, das neuronale Netz kann ja alles approximieren, wenn es nur komplex genug wird. Also verwende ich immer ein neuronales Netz und modelliere mit dieser Struktur vielleicht Dinge, die man mit ein bisschen Recherche und ein bisschen Expertenwissen wesentlich eleganter, mit wenigen Parametern, mit besserer Generalisierung, also robuster hätte modellieren können. Sogar mit besserer Performance, alles gleichzeitig. Also ein Beispiel, wenn Sie die Kinematik der Lenkung eines Fahrzeugs anschauen, das ist nicht linear, da spielt vieles eine Rolle, was nicht linear ist, die Kinematik selber, der Lenkung, die Fahrzeugdynamik, innerhalb der Fahrzeugdynamik, die ganz nicht lineare, komplexe, Reifenstraße Interaktion, aber für alles das gibt es Modelle. Für die Kinematik der Lenkung, das ist durch die Geometrie eindeutig beschrieben. Jetzt kann ich es natürlich mit einem neuronalen Netz sozusagen von hinten her wieder aufrollen und identifizieren, aber das ist eigentlich ein Unsinn. Es gibt auch sehr leistungsfähige Reifenmodelle, die verschiedene Institute auch bedaten können. Also natürlich kann ich sagen, ich nehme Daten und mache ein neuronales Netz draus, aber man darf sich nicht erwarten, dass diese Modelle dann wirklich wertvoll sind oder eine tolle Performance bringt. Also das schicke ich mal voraus, das ist alles nur Handwerkszeug, wie wir es uns schon angeschaut haben, aber in einer speziellen Art und Weise. Ganz spezifisch natürlich die nicht-lineare Optimierung, die jetzt einen besonderen Stellenwert bekommt. Das werden wir uns da auch noch ansehen. Das ist ganz lustig. In den 50er- und 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts sind die aufgekommen mit der Grundannahme, wenn man die neuronale Struktur im Gehirn von komplexeren Lebewesen, wenn man das nachbaut, und ich zeige Ihnen da, das ist so ein Neuron, also da haben Sie so ein Axon, so eine Leitung, da haben Sie Synapsen, an den Verästelungen, wo verschiedene Neuronen miteinander kommunizieren, über Neurotransmitter in dem synaptischen Spalt, wenn wir nur diese Struktur genauso komplex, also in der Anzahl, in der Verschaltung aufbauen, dann müssen wir ja irgendwann das Leben nachgebaut haben. Dann haben wir irgendwann künstliche Intelligenz. als ich hier am Institut zu arbeiten begonnen habe, das war Mitte der 90er Jahre, kam da wieder Leben hinein, weil es einen großen Schritt gab in der Hardware Beschleunigung, teilweise auch schon Parallelrechner, da hat man das auch wieder einige Jahre lang geglaubt, ist dann wieder eingeschlafen und jetzt sind wir gerade wieder an der Spitze von so einem Zyklus. Jetzt gibt es wieder künstliche Intelligenz, neuronale Netze, es kommt immer wieder. Aus meinen Erfahrungen überzeugt davon, dass man in fünf bis acht Jahren nicht mehr sehr viel davon wird hören, weil es genau die gleichen Problematiken hat wie bisher. Natürlich können wir mehr machen, wir haben noch leistungsfähigere Hardware, noch mehr verfügbaren Speicher, aber die inhärente Problematik, dass Experten Wissen immer schnelle Rechner mit was weiß ich wie vielen künstlichen Neuronen, dass das in irgendeiner Weise ein Vorteil wäre. Nein, das passiert nicht. Die Problematik ist wirklich die, Expertenwissen sticht dieses mit der Kanone einfach nur Blackbox Identifikation auf Spatzenschissen und das wird immer ausgestochen vom Expertenwissen. Gut, das war ein bisschen auch historisch, bis heute. Sie haben jetzt von mir eine Weissagung auch mitbekommen, wenn wir sehen, ob sich die bewahrheitet, aber bisher war es immer so. So, das Ganze können Sie sich ja durchlesen, das ist ganz interessant, weil der klassische Rechner, wir haben jetzt zwar schon mehrere CPUs in einem Rechner, also 4 bis 12, 16, das ist eh Standard, aber das ist noch keine massive Parallelisierung. Wenn Sie sich anschauen, was Sie im menschlichen Gehirn vorfinden, dann finden Sie dort 10 hoch 11 Neuronen mit 10 hoch 14 bis 10 hoch 15 Verbindungen. Diese Verbindungen, das ist die Parallelisierung, hier haben Sie 32, das ist eine ältere Abbildung, 64, 128 Bit Busbreite sozusagen und in unserem Gehirn haben wir Busbreite von 10 auf 15. Also das ist nicht zu vergleichen, das funktioniert wirklich anders und dementsprechend hat man halt gedacht, ja, Deep Learning, künstliche Intelligenz, das ist etwas, was man ganz besonders nutzen kann, das stimmt auch in speziellen Fällen, aber sicher nicht ganz im Allgemeinen. Gut, kommen wir zu den produktiven Sachen als Überblick, wie ist so ein Perzeptron-Netzwerk aufgebaut, ja, Perzeptron ist das Äquivalent zu einem Neuron, das Perzeptron ist quasi das künstliche Neuron, das mathematisch als funktional definiert ist, ganz einfach, ja, also Sie sehen, das Perzeptron ist ein vereinfachtes Neuronenmodell und die Grundidee ist die folgende, ich habe in mein Neuron einen Eingang, nämlich, das können viele Eingänge sein, beachten Sie, diese Eingänge werden mit Eingangsgewichten versehen, diese Gewichte, das werden in der Folge auch die Parameter sein, die wir zu optimieren haben, also, jeder Eingang bekommt ein Eingangsgewicht, die werden alle aufsummiert, Sie sehen diese Gewichte der Summe hier in der Klammer, und jetzt kommt es aber, der Ausgang ist nicht nur die lineare Summe, das wäre ein lineares Neuron, einfach eine lineare Superposition, die können wir mit List Squares optimieren, nein, der Ausgang ist jetzt definiert als eine nicht lineare Funktion über alle diese Eingänge mit ihren Gewichten und diese nicht lineare Funktion ist die sogenannte Aktivierungs Funktion also die Aktivierungs Funktion das ist was nicht linearität hier hineinbringt was die nicht linearität hineinbringt diese Aktivierungs Funktion die müssen wir vorher wählen typischerweise werden das Sigmoid Funktionen sein auch aus der Biologie entlehnt dass wir sagen diese Funktion ist für sehr kleine oder für sehr negative Werte des Arguments 0 oder minus 1 und im Ursprung ist sie 0 oder der halbe Ausgangswert und für sehr große Werte liefert es dann eben plus 1 also je nach Skalierung und Typ aber es ist eine Sigmoid Funktion Sigma das steht eben für ein S und das ist ein langgestrecktes S typischerweise sind es ja hier monotone Funktionen also das hier ist die Aktivierungs Funktion das ist die spezielle Eigenschaft des Neurons des Perzetrons so und jetzt da sehen Sie Aktivierungs Funktionen jetzt gehe ich an dem Beispiel vorbei nach vorne ich gehe weit nach vorne denn ich möchte Ihnen noch zum Abschluss für heute machen wir ein bisschen früher Schluss ich möchte Ihnen nur zeigen welche Struktur werden wir am Ende basteln wenn wir von einem neuronalen Netz sprechen ja ich muss da ein bisschen weiter vorgehen und mein Laptop hängt immer bitte Sie noch ein bisschen Geduld aber da möchte ich noch hinblättern über diese Abbildungen hinweg so jetzt haben wir so eine Struktur damit Sie sehen warum heißt das Netz ein Netz hat ja Maschen und Gitter das ist aber hier gar nicht so mathematisch der Fall es schaut nur optisch so aus Sie sehen diese Struktur hier das ist ein neuronales Netz und Sie sehen Sie haben hier drinnen auch Perzeptronen diese mit einer Aktivierungsfunktion versehenen Perzeptronen die aus den Eingangssignalen eine Gewichtung bekommen die da drinnen aufsummieren und dann mit der Aktivierungsfunktion einen Ausgang generieren und dieser Ausgang ist wiederum auch nur für ein nachfolgendes Neuron ein Eingang der wiederum gerichtet wird also was sehen wir hier wir sehen jetzt verschiedene Schichten in diesem neuronalen Netzwerk vom Eingang zum Ausgang wir sehen dass die Eingangsschicht eigentlich nur eine Verteilung der Signale ist wir sehen dass dieses Layer diese Schicht in der Mitte das nennt man auch das Hidden Layer die verborgene Schicht weil es halt in der Mitte ist dort steckt die Aktivierungsfunktion da steckt die Nicht-Linearität drinnen das ist gewissermaßen auch die spezielle Leistungsfähigkeit des Neuronalen Netzes und wir sehen im Ausgangs Layer das Ausgangs oder die Ausgangsneuronen sind typischerweise wieder einfache lineare Neuronen die bilden nur eine lineare Superposition von all diesen Aktivierungsfunktionen also eigentlich eine einfache Struktur erstaunlich leistungsfähig aber dann wenn die Anzahl der Neuronen hier im Hidden Layer entsprechend groß wird da gibt es eben einen Satz das haben Mathematiker bewiesen analytisch wenn die Anzahl der Neuronen hier im Hidden Layer gegen unendlich geht dann kann so ein neuronales Netz jeden linearen oder nicht linearen Zusammenhang exakt abbilden und daher ist diese Struktur ein sogenannter universaler Approximator von dem kann man sich aber in unserem Fall in der Systemidentifikation nichts kaufen denn wir wissen ja nicht wie viele Neuronen wir brauchen wenn wir einen nackten Datensatz vor uns haben wir müssen wieder mit den Methoden der Systemidentifikation schrittweise Neuronen hinzunehmen Identifikation durchführen also Parameter Optimierung durchführen Validierung durchführen bewerten weiter ändern und iterieren ja also das ist überhaupt kein Hexenwerk das neuronale Netz das hat ausschließlich seinen coolen Namen aus der biologischen Inquivalenz de facto ist es ein sehr einfaches mathematisches Modell das mit nicht linearer Parameter Optimierung dann einfach zu optimieren ist ich schaue nur ob ich da schnell irgendwo da finde ich da auch nicht hier hier finden es also Sie sehen das hier ist die Wirkung eines neuronalen Netzes in kompakter Form geschrieben also der Gesamtausgang ist die linear gewichtete Summe der Neuronenausgänge und die Neuronenausgänge sind genau wie wir oben gesehen haben einfach die Aktivierungsfunktion angewendet auf die Summe der gewichteten Eingänge das heißt Sie haben hier einmal diese lineare Summe die ist einfach diese Gewichte die bleiben ja auch linear das sind lineare Parameter die Ausgangsgewichte aber da drinnen stecken natürlich dann die Eingangsgewichte im Argument der Aktivierungsfunktion und deswegen benötigen wir nicht lineare Optimierung okay also im Grunde genommen eine sehr spezielle Struktur die aber gar nichts anderes leistet als allgemein nicht linear zu approximieren und wir werden sehen das kann im dynamischen Sinne sein das kann statisch sein mit den entsprechenden Kunstgriffen kann man das alles anwenden okay ich würde sagen dass wir für heute hier Schluss machen wir haben also das Kapitel lineare Methoden in der Theorie abgeschlossen wir werden im neuen Jahr genau dort noch einmal eine Übungssession machen mit dem MATLAB Identification Toolbox wir haben einen Ausblick auf die neuronalen Netze gemacht da werden wir nächstes Jahr intensiv noch einmal über die Formulierung des Modells hinweg gehen nicht lineare Optimierungs Methoden durchnehmen weil sie ganz allgemein noch einmal sehr wichtig sind hier und dann auch noch einmal eingehen auf das Problem der Generalisierung und der Regularisierung weil das sehr grundlegende Konzepte sind die natürlich bei neuronalen Netzen auch wieder benötigen gut damit sind wir für dieses Jahr Ende der Lehrveranstaltung angekommen ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken dass Sie bisher auch in diesen schwierigen Zeiten dabei waren ich werde mich bemühen dass man dann im nächsten Jahr vielleicht auch noch einen Zusatztermin organisieren für Fragestellungen dass Sie also nicht nur zu Hause passiv sich da berieseln lassen sondern auch die Möglichkeit haben Fragen zu stellen dass man auch wenn das wieder virtuell und interaktiv gehen muss aber trotzdem dass man eine zusätzliche Fragestunde machen die kann ja auch für alle interessant sein und ansonsten wird es dann halt am Ende des nächsten Semesters das übliche Prozedere geben mit der Vereinbarung von Projekten zur Prüfung oder für mündliche Prüfungstermine ich bin ich bin sehr flexibel ich komme ihnen entgegen wann immer sie wollen werde ich versuchen mir Zeit zu nehmen aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun in der nächsten Zeit nächste Woche ist ja schon vorlesungsfrei vielleicht arbeiten sie noch etwas wenn aber nicht wünsche ich ihnen auf jeden Fall auch eine gute Erholung auch das ist wichtig schöne Feiertage bleiben sie gesund bleiben sie positiv gestimmt ich darf da die Frau Merkel zitieren wir schaffen das alles Gute Wiederschauen ebenfalls danke 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 danke